So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Es geht mal wieder um ein Sticker-Album. Ja, und ich hätte es eigentlich schon vor ein paar Tagen anboxen sollen. Ich habe es versprochen, aber die ganze Zeit immer wieder vergessen. Jetzt habe ich die Zeit. Jetzt habe ich wieder entdeckt. Also mache ich es jetzt. Und was? Natürlich Pferde reisen durch die Welt der Farben. Sticker-Album. Der Titel sagt mir, dass es vielleicht verschiedene Welten sind, wie man hier sieht. Winterlandschaft, Sommerlandschaft, Inseln, Moorgebiete und und und. Und das Sticker-Album kostet 2,90 Euro, wenn ihr es kaufen müsst. Das dazu. Ist erschienen von Panini. Aber jetzt schauen wir doch mal rein. Und dann zu einem Ende öffnen wir natürlich auch einmal ein aktuelles Sticker-Booster-Tütchen zu Pferde. Aber nichtsdestotrotz blittern wir jetzt mal hier rum. Und ihr seht, normal sind vorne oder hinten immer Sticker-Booster. In diesem Fall nicht. Aber ihr seht schon eins, zwei. Da gibt es Spezial-Sticker ja in diesem Album drin. Aber klassisch weiß. Ihr seht es. Hier ist eine schöne Winterlandschaft im Hintergrund. Ich hoffe natürlich dann auch, dass hier vorne so Ponys, Pferde so farbangepasst, dann rot. Ihr seht es. Es ist wirklich interessant, wenn man Pferde mag. Pferde sind im Prinzip schöne Tiere, anmütige Tiere. Ja, so gesehen mag ich Pferde auch. Aber ich bin kein reitender Freund und bin jede Woche da. Nein, wenn ich so sehe. Es sind wirklich schöne Tiere. Oh, was haben wir denn hier? Hier haben wir jetzt. Ach, da sind die Spezial-Sticker. Das ist hier so ein Hochglanz. Ich mache es mal raus. So ein Hochglanz. Anderes Papier, so dickes Papier, was ihr wahrscheinlich dann als Poster benutzen könnt. Ja, ihr seht es. Interessant. Da kommen die C-Sticker. Wir haben dann Buchstaben C11, C5. Aber ist interessant. Legen wir mal extra. Dann haben wir nämlich sofort einen Überblick über die ganzen Seite. Hier seht es. Es sind im Hintergrund immer wieder blau. Was anderes hier am Strand entlang. Oder ein Meer, wie man so schön sagt. Türkis, ja. Dann, ihr seht es. 170 Sticker zum Kleben, Tauschen, Kaufen. Ganz wie ihr es sehen wollt. Also, das ist es nun. Das brandneue und aktuelle Pferde-Sticker-Album von Panini für rund 2,90 Euro. Wer es natürlich schon hat, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer in die Kommentare, dass es vielleicht gut ist oder auch nicht. Aber an allen, die dieses Video sehen, schreibt mir natürlich auch in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Ihr kennt das ja, das Übliche. Und jetzt öffnen wir mal das erste Sticker-Booster von Pferde. Oh, da glitzert schon. So, zoomen wir mal ran. So, und drehen sofort um. Und schaut mal, das ist so ein gezeichnetes Bild. Das ist die Nummer 40. Sieht nicht schlecht aus. Bei dem Licht kommt es vielleicht jetzt nicht so rüber, weil das richtig glänzt. Aber hier sind jetzt die normalen Sticker. Sie sind etwas dicker. Hochglanz. Ihr seht es selber. Nicht schlecht. Aber nichts zu trotz, wenn ihr gerne von diesen Sticker-Booster-Tütchen noch mehr sehen wollt von Pferde-Sticker-Booster, schreibt es mir in die Kommentare. Ja oder lasst einen Daumen hoch da. Ihr kennt das ja. Wenn einige Daumen hoch da sind, dann mache ich natürlich sofort ein Sticker-Booster-Unboxing von Pferde. Aber ansonsten, wisst ihr, es dauert etwas länger. Das ist die Nummer 9. Das ist die Nummer 40. Die kleben wir jetzt auch mal ein. Dass ich wenigstens was schon in meinem Sticker-Album habe. Die Nummer 999. Ach, hier unten. So, und jetzt haben wir natürlich keinen, den man knicken kann und dann aufmachen, sondern klassische Sticker. Die Ecke rausfallen, bis es klappt. So, und jetzt gucken, warum die Sticker genau passen. Ihr kennt das ja. Es gibt ja die meisten Sticker, die passen nicht wirklich. Aber in diesem Fall, ihr seht es, ups, passt es schon. So, und jetzt natürlich hierzu dieses gezeichnete Nummer 40. Mal schauen, wo das hinkommt. 39 und 40. Ah, genau hier kommt dieser Glitzer-Sticker rein. Ist ein schönes, klassisches Motiv. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich ziehe es mal hier rüber, damit ich den... So. Ihr habt es jetzt gesehen. Meine ersten Sticker kleben in das brandneue und aktuelle Pferde-Sticker-Album. Dann haben wir hier natürlich noch, wo die C-Stickers reinkommen, was hochwertig ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr Lust zu habt, dass ich davor noch mehr Sticker-Booster aufmacht, schreibt es mir in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da. Ich versuche natürlich irgendwie einen Link zu finden, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Ansonsten wisst ihr ja, wie immer. Bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.